Endlich ist es soweit, erste Probefahrt. Durch Rennfahrer, schau her. Durch Rennfahrer Alexa. Ich habe meine Haare heute nicht gemacht, füllen mich nicht zu nah. Batterien sind 100%, aber sie sind nicht ganz 100%, weil wir haben sie noch gar nicht geladen. Das ist einfach mal die erste Fahrt, ob das Ding läuft. Wir haben es gerade von der Bühne runter. Spinnst du? Ich habe ein bisschen Gas gegeben, ein bisschen. Ein bisschen? Ja, ein bisschen. Geil, ne? Ja, Wahnsinn, wie der geht. Hat ausgesetzt, muss man noch einstellen. Ist es ausgegangen? Ja, das ist Einstellungssache. Muss mit dem Laptop kommen. Ja, auch ein Elektroauto kann Anhänger ziehen, dass man das auch gleich sieht. Pass auf, pass aufs Kind. Ja, ja, ich pass aufs Aller. Geh mal ein bisschen weg. Na, der bäumst ja. Aber wenn nicht, ich bin schon mal gegen die Wand gefahren mit dem Fiat 126. Echt? Ja, ja, ist Gas hängen geblieben. Ah, ok. Probieren wir es mal. Jetzt. Huh? Das sind alle Lebensmittel. Das hat wieder ausgesetzt. Da müssen wir einstellen. Ja, das ist die Beschleunigungsrampe. Die muss ein bisschen runterdrehen. Ja. Ja. Auf ihr quitscht, rücken, quitscht vorwärts auch? Ja. Mach mal. Ja. Oh. Jetzt nicht? Ich glaube, dass die Autos sagen. Ja, du bist bei Mäcki gewesen, oder? Ja. Warte mal, ich filme dich von vorne. Nein. Doch, dann schaust du hübsch aus. Ja. Warte mal. Warte mal. Ich sehe, dass ich gegen eine Wand mache. Hier kannst du ein bisschen rauspfeifen. Wenn der weg ist. Mhm. Boah. Geil. Komm zurück. Ja, ja. Was heißt der? Ja, ja. Geil. So. so ein kleiner tessi also ich feier jetzt wieder ein ja aber nicht so schnell wegen der werkbänke also was haben wir jetzt 96 volt 110 kW max 270 newtonmeter 7000 drehungen mega 30 kilowattschunden batterie 32 typ 2 ladedose und geht ab wie zäpfchen und zäpfchen okay dann sag tschüss